Hallo, mein Name ist Martin Staudinger. Ich bin Geschäftsführer bei SDS Fertigteile. Wir sind Spezialist für Betonfertigteile. Wir fokussieren uns auf Treppen und Sonderteile und legen ganz besonderes Augenmerk auf Sichtbeton. Für uns als Unternehmen wird es immer schwieriger, Fachpersonal zum Schleifen von Betonfertigteilen zu finden. Die digitalisierte Anlage vereinfacht uns die Personalsuche und verschiebt den Prozess in eine digitale Büroarbeitstätigkeit. Im Sommer 2022 machten wir uns auf die Suche nach Projektpartnern, um diese Anlage realisieren zu können. Fündig wurden wir mit den Partnern ABB, ESSEL und Fair Robotics. Ziel des Projektes ist es, unseren Mitarbeitern die körperlich und gesundheitlich belastende Arbeit abzunehmen und trotzdem einen stabilen Produktionsprozess zu gewährleisten. Zu Beginn des Projekts wurden drei Anforderungen definiert. Erstens die optische Gestaltung der Oberfläche, zweitens die Rutschsicherheit der Klasse R10 muss beibehalten werden und drittens unsere Bauteiltoleranzen von circa 5 mm müssen von der Anlage übernommen werden. Durch kurze Wege und enge Zusammenarbeit konnte das Projekt in sehr sehr kurzer Zeit realisiert werden. Alle unsere Anforderungen wurden optimal berücksichtigt und so können wir heute über 90 Prozent unserer Bauteile bereits mit dem Schleifsystem digitalisiert vollbringen. Nach dem Schleifvorgang können die Betonbauteile direkt eingelagert oder ausgeliefert werden. Die Bauteiltoleranzen von bis zu 5 mm können nur mit dem Fair Robotics Schleifsystem mit exakt gleichbleibender Kontaktkraft ausgeglichen werden. Man kann sich das so vorstellen, als ob der Roboter ein Gefühl für die Oberfläche bekommt, also eine Art Kontaktkraftintelligenz. Die Schleifanlage kann durchaus als neue Benchmark im Bereich der Betonfertigteile nach Behandlung gesehen werden. www.Ferobotics.com www.Ferobotics.com Follow us www.Ferobotics.com www.Ferobotics.com